Ich habe nichts von meiner Tochter gehört und immer noch auf der Firm. Sie fühlt sich da draußen sicher. Wie läuft's bei der Arbeit? Sie behandeln mich wie Luft, wenn ich was sage. Vergessen meinen Namen. Lass dir bitte gesagt sein, dass bereits fast alle über deine letzte Affäre Bescheid wissen. Man sagt, sie hat Schlaftabletten genommen. Wir möchten Ihnen die Chance geben, Ihren Standpunkt zu vertreten. Ich bin schuldig. Fällen Sie Ihr Urteil und gehen Sie zur Tagesordnung über. Das unrühmliche Ende einer brillanten Karriere. Ich vergesse immer wieder, wie weit draußen du lebst. Petrus, das ist mein Vater. Ich habe Angst um meine Tochter. Sie ist so allein und isoliert. Heute ist sie überall gefährlich. Für Sie muss Graham Stone im Vergleich sehr eintönig sein. Zumindest erliege ich hier keiner Versuchen. Hey, was habt ihr denn? Sollte uns das beunruhigen? Was wollt ihr? Luzifer. Luzifer! Lass mich jetzt die Polizei holen. Du weißt nicht, was passiert ist. Das ist mein Leben! Ich bin diejenige, die ich erleben muss! Petrus gehört zu denen! Was für eine Art Kreatur ist dieser Luzifer? Vielleicht macht es denn Sex für einen Mann prickelnder, wenn er die Frau hasst, sie erniedrigt. Obwohl Luzifer unter uns lebt, ist er doch keiner von uns. Er ist, wie er sich selbst bezeichnet, ein Monster. Nicht in der Lage zu lieben, stattdessen aber verdammt zur Einsamkeit. Er ist, wie er sich selbst bezeichnet.